Hi und willkommen zu einem weiteren Daily Vlog. Obwohl heute ist es kein Vlog, heute ist es ein richtiges Video. Wie soll ich das erzählen? Ich habe letztens ein wichtiges Dokument bekommen und zu Hause ist mir aufgefallen, ich habe es in der Mitte einmal geknickt und dann fiel mir auf, hey, wieso zur Hölle hast du das getan? Das ist ein wichtiges Dokument. Oh Gott, tut mir leid. Meine Haare sehen immer frisch gewaschen aus, wie ein Vogel lässt. Tut mir leid, aber kann ich jetzt nicht ändern. Wieso hast du das wichtige Dokument in der Mitte denn überhaupt geknickt? Und dann ist mir aufgefallen, irgendwie mache ich das mit allen Blättern, die mir in die Hände kommen. Alle Blätter, die ich hier rumliegen habe, sind in der Mitte geknickt. Warum? Es ist scheinbar irgendwie so eine Macke von mir, dass ich das bei jedem, allem, was ich in die Hand bekomme, tue. Also, dass ich diese Blätter in der Mitte knicke. Hier ist mein Merkzettel, dass ich nichts vergesse. Und das fällt mir schon total schwer, den nicht in der Mitte zu knicken. Ich halte den gerade so, weil das, so kann ich es irgendwie so ein bisschen umgehen, es nicht zu tun. Aber dieses Knicken ist mir aufgefallen, hat auf mich irgendwie eine beruhigende, erlösende Wirkung, dass ich kann es halt einfach nicht erklären. Wenn ich ein Blatt normal in der Hand habe, ist es für mich eine Qual, das so zu lassen. Also, das ist ganz komisch. So, und dann wären wir auch schon beim Thema meine Macken. Heute möchte ich ein paar meiner Macken preisgeben für euch. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr euch irgendwo da ebenfalls seht oder was ihr so für Angewohnheiten habt. Genau, also das Erste ist, ich muss jedes Blatt falten. Das ist irgendwie ein Zwang. Der zweite Punkt, ich bin total tollpatschig. Glaubt mir, ich trete in jedes Fettnäpfchen, was ich ja schon erwähnt hatte die Tage. Ich nehme jedes Fettnäpfchen mit. Zum Beispiel, ich nenne euch mal Beispiele. Ich war ja den einen Tag beim DM, als ich die Verlosung für euch vorbereitet habe. Habt ihr übrigens schon teilgenommen an der Verlosung? Ich verlinke euch einfach mal das Verlosungsvideo hier oder hier. Ich zeige immer die falsche Seite. Es gibt was Tolles zu gewinnen, also macht mit. Das ist das Erste Beispiel. Ich wollte in die Stadt fahren und unterwegs fiel mir ein. Scheiße, du musst nochmal zurück. Du hast dein Portemonnaie vergessen. Das sind so kleine Dinge, die mir alltäglich passieren. Mit meinem Portemonnaie habe ich es irgendwie. Das vergesse ich total oft. Oder das ist schon ein bisschen länger her, als ich damals meine Fahrschule gemacht habe. Also das sind alles so kleine, tollpatschige Dinge. Kleine Fettnäpfchen. Als ich Fahrschule gemacht habe, habe ich mir die ganzen Unterschriften in diesem Buch angeschaut. Von den Menschen, die schon Fahrstunden genommen haben. Und die müssen ja dann zum Schluss unterschreiben. Und dann habe ich geguckt, alter Falter, was ist denn das für eine Sauklaue? Habe ich gesagt, als ich eine Unterschrift gesehen habe. Und dann guckt mich so der Fahrlehrer so an. Ja, äh, das ist meine Unterschrift. Und ich wollte am liebsten im Boden versinken. Ich wollte im Boden versinken. Glaubt mir. Also sowas passiert mir regelmäßig. So kleine Fettnäpfchen, dass ich da erstmal richtig Anlauf nehme, um reinzuspringen. Hey! Dann, ein weiterer Punkt ist, dass ich immer die Letzte bin, die alles checkt. Und wirklich, wenn wir abends streamen und ihr seid fleißig im Stream, am Chatten, dann muss ich immer erstmal gucken, ja, worum geht es denn jetzt überhaupt, wenn ich irgendwas gefragt werde. Worum geht es jetzt überhaupt? Ich bin immer die Letzte, die das checkt, worum es denn wirklich geht. Oder zum Beispiel eine Situation. Ich werde gefragt, hey, hast du schon gehört? Der und der hat mit dem und dem Schluss gemacht. Und dann stehe ich so da und sage mir, hä, was hast du gesagt? Also, wie auch solche Situationen gibt es bei mir total oft. Ich bin immer die Letzte, die alles checkt. Mann, manchmal nervt das total, aber ich kann nichts dafür. Ich bin halt einfach so. Das Nächste. Ich weiß nicht, ob das eine Macke ist, aber ich zähle es trotzdem mal mit auf. Ich bin ein totaler Sportmuffel. Ich drücke mich immer, komplett immer, total erfolgreich davor, Sport zu machen. Allein schon der Gedanke, wenn du Sport machst und klitschnass geschwitzt bist und deine Sachen sind nass, das ist für mich so unangenehm. Da schwitze ich schon bei dem Gedanken daran, Sport zu machen. Also Sport ist absolut nicht meins. Ihr werdet nämlich nie Sport machen sehen. Eine weitere Macke von mir ist, dass ich wirklich in jeder Hosentasche irgendwelche Labellos oder Lippenstifte habe. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, ohne aus dem Haus zu gehen. Ich weiß auch nicht, wie viele ich habe. Es sind auf jeden Fall so viele, dass es für jede Hosentasche reicht. Wartet, wartet, ich check mal eben. Ja, okay, heute ist auch wieder ein guter Tag. Heute habe ich einen Labello und den Lippenstift, den ich gerade drauf habe, in der Hosentasche einstecken. Das ist auch so eine Macke. Das ist auch wie eine Sucht. Wenn ich nichts drauf habe, dann fühle ich mich irgendwie wie, wie kann man das sagen? Kann man sagen wie nackt? Das ist genauso wie Leute, die immer eine Uhr um haben, die setzen die dann ab und auf einmal fühlen die sich nackt. Und so geht es mir mit Labellos oder Lippenstiften. Ich habe immer irgendwas drauf, auch wenn es nur Lippenpflege ist. So, die letzte Macke von mir. Ich bin ein totaler Orchideenfreak. Alle Blumen gehen bei mir komischerweise ein. Nur meine Orchideen sind das blühende Leben. Und ich habe wirklich viele Orchideen. Wartet, wir zählen mal. Eins, zwei, das sind zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mein Sorgenkind, die hat nur noch ein Blatt, aber eingehen will sie auch nicht. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, wow, zwanzig Stück sogar. Ich liebe Orchideen, weil ich meine, guckt euch das mal an. Ist das nicht toll? Genau deswegen liebe ich Orchideen. So, Leute, guckt mal, wer hier gerade kommt. Hi. Der Toni ist auch gerade hier. Und jetzt haben wir doch noch gleich mal einen Live-Gast. Und der kann mir jetzt auch mal sagen, hast du an mir irgendwelche Eigenarten festgestellt, die ich immer mache? Irgendwelche Macken oder? Habe ich sowas? Ja, auf jeden Fall. Du bist halt sehr ordentlich jetzt vorbereitet auf alles, wenn du was machst. Aber das sind ja keine Macken. Das sind ja positive Eigenschaften. Also keine Macken. Ich habe genannt meine Orchideensucht. Dann bin ich total tollpatschig. Dann habe ich ein Labello-Problem, dass ich immer überall Labellos in der Hosentasche habe. Egal, welches Blatt Papier ich bekomme, dass ich das krampfhaft in der Mitte falten muss. Sonst bin ich nicht befriedigt, fühle ich mich nicht befriedigt. Sowas. Nee. Okay, Toni, Toni weiß es nicht. Also fangen wir meine Macken-Tatsache wirklich nur selber auf und gehen wir wirklich auch nur selber auf den Keks, so wie es aussieht. Da habe ich ja Glück. Na gut, dann wären wir auch schon durch mit diesem Daily heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt dran, nehmt bei der Verlosung teil. Die steht noch bis zum 17. Da könnt ihr bis dahin noch teilnehmen. Lasst doch gern ein Däumchen da oder einen Kommentar. Mit ein bisschen Glück wird eurer Kommentar dann im nächsten Video oder Vlog eingeblendet. Ihr werdet erwähnt und grüßt. Aktiviert das Glöckchen. Ihr könnt den Kanal auch gerne abonnieren. Das ist kostenlos und würde mir wirklich sehr, sehr helfen. Und würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ja, das war's. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.